Musik Hallo, mein Name ist Rita vom da-kein-shop.de aus Ottobrunn bei München und ich stelle euch heute den da-kein Transit Rucksack vor. Unser Transit Rucksack hat vorne eine Gummikordel, wo ihr eure Fahrradhemme befestigen könnt, eure Handtücher oder auch Jacken reinhängen könnt. An dieser Gummikordel gibt es auch einen Stopper, der verstellbar ist und an den Seiten gibt es kleine Laschen, die mit Reflektoren ausgestattet sind. Der Transit hat des Weiteren ein kleines Organiserfach für eure Geldbeutel, eure Stifte, Taschentücher oder sonst kleine Utensilien. An den Seiten vom Transit befinden sich zwei Netztaschen für eure Getränke. Der Transit hat auch ein großes geräumiges Hauptfach für eure Schulsachen, es passen auch DIN A4 Ordner rein und auch ein kleiner Laptop. Oben am Tragegurt gibt es ein kleines fließgepolstertes Fach für eure Sonnenbrillen. Der Transit hat des Weiteren gepolzerte Tragegurte auf der linken Seite mit einem bestickten Dacallen-Logo sowie auch auf der Front. Und nun wünsche ich euch viel Spaß in unserem Shop. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.